Los wie bei Avatar hier. Welches ist Avatar? Andariel war das einzige weibliche Übel. Sie half den anderen geringen Übeln viele Jahre lang. Verlor aber schließlich das Vertrauen in sie. Vor 20 Jahren beschloss sie Diablo bei seinem Wiederaufstieg zur Seite zu stehen. Und ergriff Besitz von der Zitadelle des verborgenen Auges. Sie wurde schließlich von tapferen Helden getötet. Kippischen. Die wenigsten mal was gekriegt. Nex. Doch hier hab ich was. Magische Stiefel. Jetzt bin ich bei 101 Schaden. Ach ne. Jetzt bin ich bei 101 Schaden. Hier links ist nichts mehr oder? Ne da explodiert noch was. Ist die Karte so groß? Ne. Hier ist Kontakt rein. Willst du nicht erstmal gleich ein bisschen umgucken? Ja. Ich komm auch. Hier ist eine Terrasse. Ja. Toll. Oh. Hier macht der Feuer bitte. Oh. 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 Ich hab den Schaden gekocht. Ja, das ist ein Böbel. Ich glaub wir müssen hier runter. Mhm, denk ich auch. Geplünderter Keller. Hier Wald runter. Da ist ne Quest. Was wird von uns so toll? Was bist du enttäuscht? Ne, dass man uns so enttäuscht. Ja. Kann sein, dass ich keine Eins krieg, die mehr auf Schaden machen. Ich komm nicht dahinter. Ah, umlaufen. Toll, ich hab nix besseres. Ich hab immer nur, immer nur rote Werte. Ich auch. Echt? Wusste ich nicht. Was hier? Boah. Dann lassen wir die vergessenen Ruinen. Ja. Kann nicht ganz nach oben laufen. Na, wie gesagt. Bleibt ja noch ziemlich viel frei. Da bist du. Da bist du. Hm? Noch ein Buch. So. Verwältigt den Feind und ergreift seine Gefährten. Unter ihnen ist eine Hexe und. Auch eine Hexe. Bringt sie zu mir zusammen mit dem schwarzen Seelenstein. Finde die Stimme cool. Ich bin dort nach dem Kopf von Sultun Kull. Sultun Kull. Sultun Kull. Den Schelden enthält noch uralte Magiri. Und ich muss ihn haben. Ich kann den Silber hin. Ja. Niiice. 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 Back to right. Cool. Ich dachte gar nicht mehr so weiter. Wir müssen bei dir ganz viel schnell gehen. Wir müssen noch zwei. Warte mal. Zwei Gefangene noch. Ja. Lass mich mal eben gucken, ja? Ja, warte. Ich kämpf noch ein bisschen. Ja, der Kampf geht noch. Ja, ja. Ich hab die auch Erläufe. Ich kann nicht mehr so weiter. Ich hab den Kuss, ich hab den Kuss. 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 Und ich hab den Kuss. schaden er gab es gar nicht dann hoch oder was wird mir jetzt von der gesundheit wird es machen es ist jetzt nicht die super fähigkeit es ist ja passiv oh hier ist ein ring überlastet mehr erfahrung könnte ich ja eigentlich anlegen macht sogar mehr schaden ich habe jetzt 120 was ich mich mal kurz nach oben ja ja ich kann gar nicht mitkommen ich brauche items ich habe jetzt 120 hängen wir noch bei 73 rum kann ich mir aber nicht vorstellen was du da ist dann zum golem zwei und drei hunde oder vier vier hunde ja das macht wahrscheinlich einen schaden an den meisten meiner waren klebt fast kein blut ich gucke ey ich habe meist das ist 1,3 mehr schaden mache ich mit einer zweihand geschichte ja wirklich verlieh ich aber auch in meinen komischen totem in der hand denn das ist ja auch wieder voll von popo so und alles was mehr lebender schutz macht füßt wieder schaden ein hab ich irgendwie kein bock drauf so ui ist besser als surf dabei das macht weniger schaden das macht mehr schaden nehm ich mir einfach mal hab ich noch ein färbemittel dabei ja so 120 hier 122 sicher gibt es mehr käufer in der stadt aber mir gefällt es hier oben besser aussieht ok das kann ich ja jetzt auch verkaufen sicher gibt es mehr käufer in der stadt aber mir gefällt es hier oben besser aussieht ja ich habe mir jetzt noch was geholt jetzt bin ich bei 75,3 ok ich bin noch bei 120 oh das bist du ne weil ich ich hatte recht mit meinen Dings ne mein Inventar offen da habe ich nur irgendwie so einen Golem gesehen und dachte ich bin fein hehehe hessliches Teil Amulett ist Fall ich denke mal hier oben ist irgendwas Geschicklichkeit Amulett khko her ah ich kann mich echt ich glaube nicht gestärkt ich fühle mich gestärkt sack die Karte das ist wieder so ein riesige Gebiet, Oder? boahh hier Oh, das kostet. Ja. Alles in China. Cool. Was war das gerade? So mein Erfolg, schön und selten. Wir haben wahrscheinlich ganz viele seltene Dings getötet. Hier, Handschuhe. Levels, also ein höheres Rüstungslevel. Mehr Schutz, aber dafür sechs weniger Schaden. Voll die Verarschung, ey. Dann gehen wir mal weiter. Boah. Ich denk mal hier hoch. So, oder? Hier unten ist es wahrscheinlich nicht so. Hier sind auch Gegner übelst viel. Komm. Wo? Nee, ich komm zu dir. Ach so. Hier unten ist nix mehr. Hier, hier sind ganz viele Gegner hier oben. Okay. Okay, jetzt viel ist relativ. Bin ich im Klang. Aber relativ zu, ob das für uns noch ausbauen wird. Aber relativ zu, ob das für uns noch ausbauen wird. Okay. Gut, dann gehen wir wieder nach oben. Mhm. Hier ist auch noch was, wo wir nicht aufgelegt haben. Nix. Da war Gegenstand rum. Dann können wir gleich hier alles erkunden. Dann können wir gleich hier alles erkunden. Hier ist ein Eingang. Komm. Also du kommst zu mir oder was? Mhm. Weil du sagst immer nur komm. Nee, ich komm. Ach so. Ja, ist wahrscheinlich am Mikrofon nicht das wahrscheinlich. Ja. Alten Fischers. Ja. Da hat ja viel gedroppt hier. Gucken was dabei war. Nix. Nix. Wieder nix. 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 Das war's. Mehr ist hier nicht. Yo crap. Ich geh wieder raus. Blizzard, ich würd mich mal über ein neues Item freuen. Aha. Aktionshaus. Ja, nicht wirklich ein. Mit echten Geld. Bin ich übelst schlecht gemacht. Ich lauf mal ein bisschen alleine rum. Hier ist ein Portal übrigens. Hast du mich jetzt auch freigeschaltet? Mhm. Hier oben ist noch übelst viel. Ja, verschwindet doch gleich alle. Ja. Ist hier irgendwas? Na, toll. Glaub ich kann meine Zombies sprengen mit der einen Fähigkeit. Aber... ... ich will. Oh, rauskorn. Gesehen? Mhm. Der ist weg. Voll.